Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit dem neuen Shop-Video. Bevor wir da aber reinkommen, by the way, wir haben es um wenige Sekunden verpasst, wollte ich sagen, dass ich jetzt einen neuen Partner habe, was PSN-Karten, Xbox-Karten, Steam-Guthaben oder sonstigen Sachen angeht. Ihr könnt auf jeden Fall gerne die Videobeschreibung auschecken, dort könnt ihr dann auf den Link klicken und auf die Seite kommen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr mich da ein bisschen supporten würdet. Und dort gibt es nicht so viele Probleme wie bei meinem alten Partner. Und ja, schaut da gerne vorbei. Es wird auch bald ein Gewinnspiel geben, Freunde, wird auf jeden Fall ganz cool und man kann da auf jeden Fall richtig nice Sachen gewinnen. Ich würde aber jetzt sagen, Freunde, genug auf jeden Fall, schauen wir mal hier zu meinem neuen Partner. Ich würde sagen, wir schauen uns den neuen Gegenstand-Shop an. Ah, okay, eine neue Sache haben wir. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns erstmal die rechte Seite an. By the way, das Psycho-Paket ist da. Das solltet ihr euch gönnen, denn das Ganze ist in 12 Stunden weg. Nur fürs Protokoll, nicht damit ihr euch wieder ärgert oder so. Wir haben heute das Magma, ähm, ne, die Magma-Lackierung für 700 V-Bucks. Keine Ahnung, 700, Digga, waren die nicht eigentlich 800 V-Bucks wert? Keine Ahnung, kann auch ein Bug sein oder so. Aber ich finde auf jeden Fall persönlich, das ist eine der besten Lackierungen. Sieht auf jeden Fall übertrieben heftig aus. Voll ab lachen, 500 V-Bucks, ganz cool. Gefällt mir. Ähm, regt auch übertrieben auf. Brachial-Gewalt muss nicht sein, aber für 500 V-Bucks ist halt eine recht ausgefallene Spitzhacke. Tifa-Debt 200 V-Bucks, dann haben wir nochmal Gage für 800 V-Bucks, muss auch nicht sein. Dynamo für 1200 V-Bucks, was auch nicht sein muss. Wie gesagt, das Psycho-Paket ist am Start, nur noch heute. Dann haben wir nochmal heute hier einmal den bissigen Taucher erhalten, der sehr lange nicht mehr im Shop gewesen ist. Dann haben wir den kleinen Mampfer für 1500 V-Bucks und wir haben Laserbeißer für 1500 V-Bucks. Auch ganz cool. Dann haben wir den Zerfleischer, beziehungsweise hier dieses Timer-Mechanik-Set. Und zwar könnt ihr diesen Kollegen in vier verschiedenen Varianten bekommen. Seht ihr ja selber im Hintergrund, finde ich auf jeden Fall nice. Man kauft ein Skin, hat vier verschiedene Varianten. Dasselbe hier bei der Spitzhacke, finde ich auch übertrieben nice. Gibt es auch wiederum vier verschiedene Arten. Genauso wie beim Gleiter, Freunde, könnt ihr gerade jetzt im Hintergrund sehen. Das Nummero 1, Nummero 2 sieht dann so aus. Jetzt kommt Nummero 3 und als allerletztes kommt dann Nummer 4 und das schaut dann so aus. So, dann haben wir nochmal unterschiedliche Lackierungen. Man kauft für 600 V-Bucks insgesamt vier Stück. Ist eigentlich ein ganz normaler Preis, muss man ehrlich gestehen. Aber ansonsten gibt es da nicht mehr zu sagen. Heute haben wir das Aeronaut-Paket erhalten. Schaut eigentlich ganz cool aus, aber irgendwie weiß ich nicht. Aero-Axt, okay, also ehrlich gesagt, die Spitzhacke sieht ganz nice aus, Freunde. Kann man sich auf jeden Fall geben. Und ich bin mir bei dem Skin nicht sicher. Also obenrum sieht der cool aus, auch mit dem Umhang ist halt immer was anderes. So kann man bestimmt gut kombinieren. Ich werde ihn mir mal kaufen. Mal schauen, ob ich ihn spielen werde oder nicht. Erstmal abchecken, was geht, ne? Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Aber, soviel auf jeden Fall hier schon mal zu dem Gegenstandshop in dem Battle-Royale-Modus. Wie gesagt, checkt gerne die Videobeschreibung aus zu meinem neuen Partner. Würde euch, denke ich, mal sicherlich freuen. Ist auf jeden Fall günstiger als beim alten Anbieter davor. Wird auf jeden Fall richtig lit. Jetzt würde ich sagen, Freunde, wir schauen uns noch mal ganz kurz den Ready-Royale-Modus an und schauen dort, was wir denn Neues erhalten haben. So, wir loggen uns einmal ein. Item-Shop. Wir haben heute das Dreifach-Lama erhalten. Ah, boah, könnte interessant sein. Aber ich lasse erstmal die Finger davon. Gibt auch eine neue Falle da drin. Mich juckt es jetzt nicht wirklich. Auf der rechten und auf der linken Seite gibt es soweit keine Veränderung. So, viel dazu, Freunde. Ich verabschiede mich dann hier somit an der Stelle. Und würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Shop-Video. Haut rein. Geht ihr mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.